Ich bin hier auf dem Adler und dann trinken wir das Schiff leer. Dann haben wir um 20 Uhr unsere obligatorische Diskothek. Da werden die Tagessieger geehrt und alle, die geehrt werden wollen, also rechtzeitig erscheinen. Um 21 Uhr haben wir eine Erholtik-Show bestellt. Das heißt... Ja, ich weiß. Aber für alle können... Ja, für alle Kuntersegern, die in Spanien auf den Tisch getanzt haben, diesmal macht das eine Frau. Und ihr braucht nicht tanzen. Und wir haben erfahren, nicht die Schlange zieht sich aus. Also ihr könnt alle kommen, das ist ja lustig. Und dann machen wir auch irgendwann Pünktchen. Die Wettbegleitung sagen, ich denke, wir sind so fair gekommen, wo ich früh um 8 Uhr auch alle pünktlich, damit Frau Grampke als Oberbürgermeisterin diese Meisterschaft offiziell eröffnet. Ansonsten wünsche ich allen jetzt einen schönen Abend. Danke. Hey! 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 Ich bin dabei, weil ich jetzt erstens nach vorne bin. Heidee, komm mal nach vorne, bitte. Ich brauche ein paar Kutter-Kamikäne. Heidee, komm mal bitte nach vorne. So, jetzt haben wir auch schon eine ganz schöne Menge hier oben stehen. Ja, sag ich euch gleich, was ihr machen sollt. Jetzt bin ich hier der Kapitän. Jo, also ich wird ein Video aufgenommen, also ich möchte auch, dass ihr das mitmacht. Das Lied, was ich jetzt sing, das kommt vom Ruder, das kommt vom Segel. Das haben die Randpächter, ob sie ein Holzmisschen gesungen haben. Irgendwann mal gesungen. Ich sing das Lied schon seit 30 Jahren. Mittlerweile, ich war früher mal im Studium im Kaschisklub. Ich hab Musik gesehen. Kämpfe gelernt. Geht folgendermaßen. Herr Refrain, ich mach's mal vor. Die Kapitäne und die Mannschaft machen vor. Und alle im Saal machen mit. Herr Refrain. Das kommt vom Rudern. Das kommt vom Segel. Alle machen mit. Das kommt vom Hüssefangen auf hoher Segel. Das kommt vom Rudern. Das kommt vom Segel. Das kommt vom Füssefangen auf hoher Segel. Und links. Habt ihr das komplett verstanden? So. Und der Saal, der Saal macht natürlich mit. Der Saal guckt nach vorne, wo alle vormachen. Und der Saal macht mit. Und der Saal lebt. Das kommt vom Hüssefangen auf hoher Segel. Das kommt vom Rudern. Das kommt vom Schügel. Wenn alle im Saal machen, was kommt, um ein bisschen fein, dann kommt, wo er sich wohl, leute krass. Ein Mensch ins Leben ein, Leben ein, ist er anfangs noch sehr klein, noch sehr klein. Spät er wechselt, wo er dann, der lang, zu einem Fein, dein froh, der Mann kann noch nicht, Bruder. Kann noch nicht, kann noch nicht, kann noch nicht, kann noch nicht, Fische fangen auf USE. Kann noch nicht, Bruder, kann noch nicht, kann noch nicht, Fische fangen auf USE. 50 Jahre ist er alt, ist er alt, sein, nein, schon 30 Mal, 30 Mal. Und er fragt sich dann und wann, ob er schon einmal, zweimal kam, schon einmal. Ruden alle, schon einmal siegen, schon einmal Fische fangen, auf USE. Schon einmal ruden, schon einmal siegen, schon einmal Fische fangen, auf USE. Auch wenn er, ohne ice, ja, zehn Jahre alt ist er alt, ist er bald. Say, dir mein, schon siegen, dick 말, siegen, �it. Auch wenn es nicht schön zum Zeilen, ob man zu Niederst 싸un fährt. Punkte alle, was kommt vom Rudel, was kommt vom Segel, Das kommt vom Fische, vorne und vor sich, das kommt vom Ruhren. Das kommt vom Siebel, das kommt vom Fische, vorne und vor sich, oh leh. 30 Jahre bis der Tag, bis der Tag, und hier gibt der Schad, gibt der Schad und der hat. Die lieben uns mit seinen Bisschen täglich, das kommt vom Ruder, das kommt vom Segel, das kommt vom Fische, vorne und vor sich, das kommt vom Ruder, das kommt vom Segel, das kommt vom Fische, vorne und vor sich, oh leh. 60 Jahre ist der Halt, ist der Kalt, die Papone wird schon kalt, wird schon kalt. Und der fragt sich darum an, ob er noch einmal, einmal, noch einmal, noch einmal, oh leh. 80 Jahre ist der Kreis, ist der Kreis, seine Haare sind schon weiß, sind schon weiß. Und der kann mein Bestes, seine Pflicht nicht mehr erfüllen, kann nicht mehr rudern, kann nicht mehr segeln, kann nicht mehr Fische fangen. Auf hohe See, kann nicht mehr rufen, kann nicht mehr fliegen, kann nicht mehr Fische fangen, auf hohe See, oh leh. 100 Jahre ist der Kunde, 100 Jahre in der Luft, in der Luft, kommt ein tiefer Angehung, Angehung, und der Sitz in Deutschland. Und das war ein kurter Steuermann, der konnte, ohne der Mond, der konnte, siegen, wenn konnte Fische fangen, auf hohe See, oh leh. Ein Abiknochen. Tausend Jahre, dank mein Gott, dank mein Gott. Die hat Bude wieder flott, wieder flott. Begross hat die liebe Not. Es stift ihm alle Englein. Tausende.